So, Freunde, nur mal ein kleiner Test, was mit dem Autofokus abgeht, ob man den Autofokus im Hintergrund hört, wenn ich hier labere. Ansonsten, was geht ab, Leute? Und willkommen wieder bei Nikos. Ja, Freunde, heute gibt es nur ein kleines Labervideo über nächstes Wochenende. Und zwar ist, wie viele wahrscheinlich schon wissen, nächstes Wochenende die Shisha-Messe in Frankfurt. Und ich dachte mir natürlich, ich muss euch auch noch ein bisschen ein paar Infos geben, denn ich bin dort auch am Start. Ich hoffe natürlich, ich werde auch viele, viele von euch antreffen, Freunde. Ist meine zweite Shisha-Messe jetzt mittlerweile. Letztes Jahr war ich auch schon auf der Shisha-Messe, nur war ich dort noch nicht so bekannt in der Shisha-Szene. Das heißt, ich habe da noch nicht so viele Videos gemacht und keiner hat mich erkannt. Deswegen ist es für mich dieses Jahr so eher die Vergleichsmesse, ob ich vielleicht erkannt werde, ob vielleicht ein paar Leute von euch mich erkennen und mit mir Fotos machen, dass wir vielleicht zusammen mal ein Köpfchen rauchen können und einfach ein bisschen quatschen können. Freunde, ein paar Infos. Die Shisha-Messe ist ausschließlich ab 18. Ja, das heißt, da ist nichts mit Einverständniserklärung der Eltern, dass ihr da irgendwie schon mit 17 reinkommt, weil ihr morgen 18 werdet oder sonst was. Nee, ihr kommt dort erst ab 18 rein. Das nächste, Freunde, ist, nachdem ja das mit dem Alter eigentlich schon klar ist, ich werde am Freitag ankommen in Frankfurt am Motel One an der Messe. Ist, glaube ich, so das bekannteste Hotel dort. Und werde bis Samstag bleiben. Ich bin am Samstag erst auf der Messe, also ich werde am Freitag für diese Fachbesucher nicht am Start sein. Ich bin erst am Samstag am Start auf der Messe. Werdt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über Instagram und Snapchat-Stories, wo ich mich gerade befinde, dass ihr mich auch findet auf der Messe, falls ihr mich suchen solltet. Ich dachte mir, wenn ich am Freitag ankomme, checke ich im Hotel so gegen, weiß nicht, 17, 18 Uhr ein. Um 19 Uhr geht es dann essen und ich dachte mir dann so um 21, 22 Uhr schmeißen wir uns ganz gemütlich vor dem Motel One Messe Frankfurt ein Köpfchen an. Und wenn vielleicht jemand in der Nähe ist und Bock hat, kann er ja dann rumkommen. Also wie ich das letztes Jahr gesehen habe, gibt es draußen ein paar Sitzmöglichkeiten. Das Ganze ist bedacht. Also falls es regnet, wird man auch nicht allzu sehr nass. Ich weiß gar nicht, wie soll das Wetter werden in Frankfurt. Lass uns mal kurz gucken. 13 Grad soll es werden, Freunde. Das heißt, wenn wir Glück haben, wird es nicht regnen und wir werden im Trockenen sitzen. Falls ihr gerade auf dem Sprung seid oder in der Nähe seid, kommt einfach vorbei, labert mich an. Dann raucht man zusammen ein Köpfchen. Dann kann ich euch ja nochmal persönlich zeigen, wieso meine Shisha so raucht. Und pipapo, ich würde mich auf jeden Fall freuen, auf den einen oder anderen anzutreffen. Wenn man das so sagen kann. Und ja, das ganze Video ist eigentlich nur gedacht, um euch Bescheid zu geben, dass ich am Freitag in Frankfurt ankomme. Dass ihr mit mir am Abend ein Köpfchen rauchen könnt vor dem Motel und ich dann am Samstag erst auf der Messe bin. Am Sonntag bin ich nicht mehr am Start. Also ihr könnt mich nur am Samstag antreffen. Und wie gesagt, Freunde, ich freue mich selber schon auf den einen oder anderen Shisha-Youtuber anzutreffen. Ich weiß selber noch nicht mal, ob ich dann beim YouTube-Stand auf der Messe am Stüssel bin. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil ich mich auf die anderen YouTuber auch schon freue, mit denen mal ein bisschen zu quatschen und die privat kennenzulernen. Aber am meisten, Freunde, freue ich mich natürlich auf euch, falls überhaupt jemand am Start ist. Also nicht, dass ich dann am Ende ganz alleine dort stehe. Spaß, Leute. Ich habe ja meine Freundin dabei, deswegen kann da nichts schief gehen. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich auf Freitag. Ich freue mich auf euch. Und ja, Freunde, das Video sollte eigentlich nur als Info dienen. Aber ihr wisst ja Bescheid. Falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hätten wir bald die eine Million. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum Wochenende, Leute. Ciao. Und bis zum Wochenende, Leute.